. 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 noch einer deine ist ko da ist noch eine was los mit euch die drei schusssalvenpistole ist so übertrieben ding overpowered ich habe ja auch alle ko gemacht am anfang ja ja Streichschuss hat er gehabt der voll in die Fresse kippt aber ich hab' oh wieder zurück tja gut dass ihr mich vergessen habt er ist schon da ne ich oh mein das ist doch gerade einer wo ich jetzt hin da wurde Oh ja! Oh, da ist ein ganzes Team! Lauft! Hier sind welche? Scheiße! Laufen! Laufen! Oh, vergiss das! Geht nichts aus, Rüstung! Die hocken da oben drin! Ich robbe! Ich versuche in Richtung Chris irgendwie zu gehen! Die sind immer noch hinter der Garage! Genau! Chris, hast du irgendwie Zeit? Den habe ich! 30 Meter von mir! Jetzt leh danach! Ich leh auch! Oh, danke dir! Haha, jetzt hat auch der nachgeladen! Haha! Okay, der andere geht zur Ausrüstung! Wir hätten Zeit, die vielleicht... Ja, genau! Da ist ein Gebäude drin! Äh, was? Ein Gebäude? Da unten ist noch so eine Tussi! Ach, scheiße! Vergiss das! Ja! So, komm ich allein! Alle euch einkaufen! Jungen! So, rot! Die Mitglied wurde in den Gulag geschickt! Und kämpft um eine Chance mit ihr eigen... Schussverkauf aktiv! Preise der Vorratstationen wurden angepasst! Der Junge soll ja das shoppen! Ja! Könnt ihr mich auch shoppen? Ja! Also ich bin auch im Gulag, aber... Schussverkauf aktiviert! Verbündete Drohne ist in der Luft! Radarsuche wird in der Luft! Keine... Ja! Bits, komm die 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 Bits! Feindliche Drohne über uns! Team ausgemischt! Danke! Endlich! Ich weiß nicht, ob ich das shoppe! No, komm sicher doch! Nein! Geht ins Einsatzgebiet zurück! Verbündete Drohne ist in der Luft! Jetzt wieder alle angezeigt! Ja! Kann ich zur Ausrüstung oder schlecht? Ja, hier ist niemand! Oh da sniper ist einer! Oh 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 oh! Das sind mehrere... Gehen wir? Von wo? Von da... aber ein k.o. ich auch. und noch ein k.o. ich nehme gerade keine bestätigung dass wir dort sind. paul? du hast das falsche dach. das ist ja nicht immer aufs dach gegangen. oh gott ich werde angeschafft. ja von dort. von da hinten. aber von wo? ja jetzt auf dem roten haus da. ich rücke vor. ja. ich gehe auf den einen dach leben immer noch. also hier sind welche. und hier wird geschossen. und da wird geschossen und hier wird geschossen. hier sind zwei. bei dir? ja. die zwei verschwinden die. nein ich habe ihn nicht erwischt. red cat. wo ist da einer? ja warum kann ich. ja. k.o. ja. ja. äh. korrekt. und der mitten in der luft wo er weg sprengen wollte. hier ist doch was zum kaufen schatz. die sind da unten. ich habe mich aus. sicherheitszolle verlegt. oh die kommt zu mir rein. er hat er angeschossen. ich habe mich aus. ich habe mich ins haus. ich habe mich aus. ich habe mich aus. ich habe hier noch eine drohne. Räzision ins Haus rein auf dem Dach sind heute alle tot oder auf dem die haben die Tür zugemacht Da ist eine K.O. Hier hinter dem Haus ist eine K.O. Ja, ist er Kannst du ihn fertig machen? Nein, da ist noch einer um die Ecke Wenn er rauskommt, habe ich ihn Aua Aua, nein, 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 ich will nicht sterben Ich habe ein K.O, ich habe ein K.O. Hast du ihn J.B.Y.? Rette dich liebe. Danke Verbündete Drohne ist in der Luft, Radars zu Rümern gestartet Da hinten war noch einer am Boden gerobt Und ich könnte jetzt einen CT werfen. Äh, ja. Aus dem LKW raus, Schatz, oder? Nein, um die Ecke. Ah, immer noch. Scheiße. Wir sind weiter links gehören wahrscheinlich. Genau. Aber es kommt. Da sind sie, vier liegt hier rum. Meins. Würdest du sie wieder aufheben? Oder? Mach durch. Der Einsatz wird vorbereitet. Dein Fenster schließt sich schnell. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone gefunden. Die eine sind noch im Haus, glaube ich, ne? Ja, die sind, die sind ja noch auf Westen. Also knapp rechts. Verfüllte Ausrüstungslieferung unterwegs. Scheiße. Ich hab nen Chaos. Dieses dämliche Zivil da. Also der ist weg. Gebs halt drauf. Okay, ich hab jetzt glaube ich keine mehr auf dem Radar. Ja. Und jetzt habe es stand nicht der Team ausgelöscht. Feindliche Drohne über uns. Da hinten sind die. Brücke vor. Schon gut. Da oben. Wird gar nicht markieren. Feind. Hab ein Ziel markiert. Hab ein Ziel markiert. Hab ein Ziel markiert. Geh schießen. Ja, die gehen rein. Ja. Wollte ich mal wo aus. Kommen die hinter euch? Linke Seite ist da noch geschneitbar. Scheiße. Auf dem Turm, oder? Oh, Schatz. Seh keinen. Ich komm da drauf. Ja. Wollte nur abschneiden. Oh, shit, 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 shit. Oh, fuck. Das Gas breitet sich aus. Die neue Sicherheitszone gefunden. Fuck. Du schießt die, ne? Entschuldigung. Nein. Shit, meine Selbstbelebung. Da steckt der, lieber. War jemand auf dem Turm oben? Nein. Es sind noch 24 Feinde dort draußen. Töte sie alle. Jetzt sind die Penner im Auto. Sieht die mir aus. Heyo. Das Gas kommt. Das Gas kommt. Das Gas kommt. Das Gas kommt. Daher Cheatbreak. Scheiße. Scheiße. Fuck. Ich bin auch in der Sonne. Ich bin nicht verraten. Ach, da oben bist du. Heyo. Ja, da oben bist du. Ich bin echt sauer. Ich bin echt sauer. Oh Mann, das Ding hat ja auch noch so gekohe, ey. Noch 25 waren übrig. Es ist wieder 9 Ich nehme das Aber nein, ich kriege den Auftrag Ich glaube, der fliegt weiter, oder? Nee Bei uns kommt keiner Die fliegen jetzt Mit ihm weiter Jetzt fliegen die alle weiter Das kriegt man hier, Paul Ja, Mann Aha, ich hatte das in Urin Hm Kom Bleib vorsichtig Vorratskiste gefunden Position sichern Die sind ja schon hier Ja, freilich Ja, super Ich kriege den ganzen Scheißdreck Der hoflanscht Die sind, glaube ich, da drin In dem Gebäude Gut, dass wir zu denen kommen Ich glaube, da einen vorbeilaufen sehen Boah, jetzt bin ich vor der Mauer runtergefallen Willst du mich verarschen? Wo zur Hölle? Wie ist das für den Dreck? Eine Brau Jetzt meine Katzenauern Nein Nein Da sind die zwei Was ist denn ich? Der Kamerabend denn Wir haben sich alles genommen Ich fache Na, ich hab's mal gemacht Was willst Das muss wir getan haben Bereit machen zum erneuten Einsatz Wo waren die denn? Nein, jetzt sind die oben auch noch welche. Sein Teammitglied ist im Gulag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Teammitglied kehrt ins Einsatzgebiet zurück. Ich leck mich am Arsch. Hier ist auch noch einer. Ach, du bist rausgeklungen. Dann hab ich irgendwas gedrückt. Da steht der Fehler, du bist rausgeklungen. Du bist ja komplett rausgrad. Oh, Gaster-Schlag. Nee, ich bleib mal in der Luft. Ich hasse es so hier, Leute. Machen wir das nicht auch? Das Gas kommt! Feindkontakt! 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 Da ist einer. In zwei. Was ist denn das zur Kühe, du? Ziel! Leichter fahren! Bin unterwegs. Keiner sagt, was bei euch ergegnet worden war. Ja. 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 Dann bin ich eine ganze Seite fixiert auf den zwei Gegner auf dem Restaurant drin. Wieso? Ich dachte, du hast gesehen. Du hast keine Munition in dem Ding. Ah! Was wurdest du ges... Oh, nee, oder? Ja. Okay. So, auf, 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 an, nice. Ein Teammitglied wurde als meistgesuchtes Ziel markiert. Du musst es beschützen. Ah! Ah! Von links auch noch. Boah! Okay. Genau, da im Shop kannst du gleich... ...nustern kommen. Und Headshot! Ja. Ja. Schön wär's. Auf ein neues. So. Jetzt stehen wir da. Ja. Ja. Ohne nix. Genau. Ja, dann reinigen wir jetzt mal ins kleine Häuslein, oder? Sind welche drin? Ähm. Ich hoffe nicht. Ich hab' ein Problem. Ich hab' ein Problem. Da lag doch einer. Fenster ist zumindest eingeschlagen. Mhm. Da lag einer am Boden? Ja, Entschuldigung. Der Schatten hat so ausgeschaut. Nein. Mein Gott. Mein Gott. Nee. Ne. Lelelelelelelelelele. Das ist noch mal ein Panzer. Der ist noch mein Panzer. Glühwein mit Schuss. Okay, Paul. Nur Scheiße in der Glotze. Feinde landen im Einsatzgebiet. Na toll. Komm, Menschen. Ausrüstung, Lieferung ist umgekehrt. Ja, das sind genau meine Richtungen. Auch Mann. Die haben bei mir gelandet irgendwo. Hast du? Gleich ehrlich, ja. Mach der die Tür zum? Ja, ich hab so ein dick. Guck, woanders heute Sniper hat. Ja. Ganz hinten. Viel gesichtet. Der sieht uns jetzt voll an und wir müssen da raus. Das Gas kommt. Ey, der wird schon schwer. Ich werd grad beschossen mit einem Raketenwerfer. Pass auf, da oben hast du einen Schneiden gesehen. Da ist einer. Gas nicht vergessen. Danke. Drücke vor. Okay. Da ist du. Scheiße. Ich mach mal. Was? Bin im Gas drin. Mach Rüstung, Schatz. Und nachladen. Ich werfe. Ahem. Was stöhnt du mich eigentlich so an? Der geriss grad. Ja. Wird eng mit seiner Gasmaske. Was machst du jetzt da? Scheiße. Gas kommt. Wie heißt das? Oh Mann ey. Ge-ge-ge-gegenüber. Ey kommt oben ey. Solche. Aber sieben. Top 10 sogar. War das, dass wir so ne Misere hatten? Wird das, dass wir so ne Misere hatten? Wird das, dass wir so ne Misere hatten? Wir sind die Misere hatten.